was geht ab meine lieben achis achilles habubs habubi shabab shababine und alle anderen die jetzt hier auf diesen übertrieben freshen und knackigen kanal fiert haben und insallah erstmal liken und abonnieren werden bevor sich dieses video gönnt freunde was geht ab wir machen heute eine neue challenge ich muss sagen ich freue mich ganz und gar nicht darauf weil ich werde sehr viel schläge wahrscheinlich bekommen in diesem video freunde es geht nämlich darum die line zu erraten von dem battle rapper mreis hinter der kamera und hat sich zehn oder 15 fragen oder lines ausgesucht auf jeden fall und wird mir die gleich vorlesen und die aufgabe ist es von mir dann zu erraten von welchem battle rapper welche line stammt ich habe dafür ungefähr zehn sekunden zeit m der wird euch die regeln gleich noch mal erklären und immer wenn ich den battle rapper nicht erraten kann bzw die line nicht richtig zuordnen kommen bekomme ich schläge auf den rücken mit einem gürtel ganz und gar nicht witzig an der stelle so also ich glaube das wird gar nicht lustig für mich ich glaube für einmal schon der ist nämlich hinter der kamera und darf dann auch schlagen freunde und ich würde sagen genug geschnackt ich hoffe ich werde viele battle rapper raten ihr wisst wir haben schon auch sehr sehr viel reagiert dementsprechend denke ich dass ich ganz glimpflich aus der ganzen sache hier vielleicht rausgehen könnte freunde wenn ihr möchte könnt ihr uns auch gerne auf instagram folgen die links hinter der beschreibung und ich würde sagen viel spaß beim video und let's go ich erkläre dir ganz kurz die regeln ich werde dir eine line vorlesen du hast drei antwort möglichkeiten sprich drei battle rapper eine davon ist immer die richtige antwort keine antwort oder eine falsche ist auch eine direkte bestrafung sprich ein schlag auf den rücken mit dem gürtel die lines wurden mit tauland unserem mod gemeinsam ausgewählt du hast zehn sekunden zeit das ganze zu erraten so ok die erste line deine bitch gibt mir einfach ein kuss du bist abyss und das beste kommt zum schluss entweder ist das kapital oder es ist drop oder es ist z noch mal die line eine bitch gibt mir einfach ein kurs du bist abyss und das beste kommt zum schluss ja das war doch bonteggi alter was für das war bonteggi gegen z oder nicht dass also von z kann das nicht sein weil das war gegen z weißt du was ich meine du bist abyss und dann das beste kommt zum schluss es ist z es ist von 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 z ich habe mich gerettet zweite line du hast keine line für mich du bist einfach nur trash wo zu der küche dort back bonteggi drop dynamic oder wann ist das geil wann ist das geil das vergisst man nicht die schwester vergisst man nicht die nächste line lautet er sagt eine schwester hat er keine kein problem dann mache ich dir eine die line ist von virus drop dynamic oder jizzy ok krass ja das ist voll einfach was hast du vielleicht rausgesucht ja durch was soll ich machen wenn du alles kennt die nächste line lautet virus du bist so unwichtig dass ben sogar denkt jizzy alter was werden die antwort möglichkeiten ja unter anderem jizzy ja es ist ja auch von jizzy die nächste line lautet du nimmst meine mutter das halte ich für einen schlechten witz denn ich wusste gar nicht dass meine mutter lesbisch ist das ganze ist entweder von atzenkalle lbb oder cynic auf gar keinen fall es ist das ist so eine line das sind so kandidaten wie lbb oder atzenkalle das ding ist von atzenkalle habe ich nicht so viele battles gesehen boah ich glaube es ist lbb es ist richtig das ist lbb okay die nächste line lautet cyrus kenne ich nicht ist das eine heiße braut was gucci gürtel wie war der türkei urlaub cyrus kenne ich nicht entweder ist das z bontegi oder atzenkalle z cyrus es ist falsch und wer wäre es denn es wäre atzenkalle der bre mit dem gucci gürtel aus dem türkei das ding ist du hast gesagt cyrus welcher mc cyrus virus meinst du du hast falsch vorgelesen egal bist du bereit ne eigentlich nicht das ding ist eigentlich wollte ich anfangen mit den schlägen aber nicht mehr viel weißt du deswegen muss ich direkt wie eine 1 anfangen direkt so die nächste line ich bin in deinem kinderzimmer dicke deine fetter mutter du kommst aber klopfst dreimal so wie schellen cooper cynic bonk taggy oder kapital es müsste im bett gegen bonk taggy gewesen sein von cynic von cynic von cynic von cynic oder gegen bonk oder allein ja du hast es schon gesagt von cynic die line ist aber von kapital bra gegen master maf drei mal sowie schellen cooper ok so bist du bereit warte warte so okay oh mein gott also ich glaube das ist voll übersteuert im mikrofon der schlag ja das tut unnormal auch weh was hast du gemacht alter egal bisschen chile bisschen so die nächste line er will bettelmann junge bist du krass bekloppt kommt auf die bühne ist das k1 mit wasser kopf es ist entweder jizzy jir oder belial du hast auch so kandidaten genommen von denen die line so ja ich weiß ich bin ja auch stumm ich sag jizzy es ist dir es ist dir gegen marcy digga ohne ich mach dich gleich zu einer 1 digga ich schwörs dir so die nächste line lautet man in black du bist noch sehr sehr jung ich bin ganz in schwarz denn ich komme zu deiner beerdigung entweder ist es decepticon es ist jackson oder es ist jir jackson das kommt nicht von jir es ist jackson ok boah mein rücken brennt nirg ich schwöre die nächste line lautet ja man ich bin komödie und gebe dir einen stich was ist braun und f*** deine mutter ich entweder es ist bong taggy davy jones oder cynic bon taggy kann ja schon nicht sein boah digga ich weiß nicht das könnte jetzt von beiden sein aber bei davy wäre so mehr aggression drin aber das wäre jetzt vielleicht auch der knackpunkt weißt du was ich meine dass du denkst dass ich genau so denke und deswegen nimmst du die andere person nicht als davy jones das ist aber cynic wegen dem komödie hättest du eigentlich auf cynic kommen müssen hallo geh mal nach vorne ich kann nicht schlagen boah boah ey du hast einfach schulter multe alles mitgenommen ja wir haben gesagt wir haben lange nicht mehr eine challenge gemacht es ist einfach dieselbe stelle digga die ganze zeit würde ich sagen es ist ein comeback von der challenge und deswegen muss die challenge doch knallen ne die letzte line yes ey yo gier dicker kommt mir bitte nicht hart vor du suchst batterien dann nimm sie aus deinem vibrator entweder es ist bong taggy taisos oder jizzy oh shit digga nochmal ey yo gier dicker kommt mir bitte nicht hart vor du suchst batterien dann nimm sie aus deinem vibrator entweder jittiker komm ich nicht mal zu wer war virus jizzy bong taggy bong taggy taisos oder jizzy taisos 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 es ist taisos ja sicher digga so und das war die allerletzte line aber ich sag dir noch einen schlag ich wäre hier oben gekippt alter ich sag dir ehrlich mir geht es gar nicht mehr gut hart du hast geschlagen wie ein Dings ich bin aber ehrlich du kanntest relativ viel sehr sehr stark hättest du nicht gedacht ja zwölf äh vier von zwölf ja ich hätte auch nicht gedacht dass ich so viele kenne aber deine lines waren auch einfach vier von zwölf schlägen also so auf jeden fall hat es dir sehr viel spaß gemacht freunde die challenge war sehr sehr nice obwohl ich sehr viele schläge bekommen hab ne ich denk mal du hast mehr spaß als ich freunde ich hoffe ihr hattet auch sehr viel spaß ich hoffe genauso viel wie Emblem mindestens wenn nicht sogar noch mehr und äh schreibt gerne in die kommentare was für challenges ihr in der zukunft noch bock hättet freunde und äh schreibt auch gerne bestrafung in die kommentare und je nachdem wie das bei euch ankommt je nachdem wie eure resonanz ist werden wir dann gucken ob wir weitere challenges in der zukunft machen bzw was für challenges wir noch in der zukunft machen können wenn es euch gefallen hat freunde lasst gerne ein like da lasst gerne ein abo da wird uns auf jeden fall ein vertrieben freund und ich würde sagen sehen uns im nächsten video wieder haut rein ciao ciao